In diesem Video möchte ich Ihnen die Inbetriebnahme des Telekom Media Receiver 401 zeigen. Mit dem Media Receiver MR401 nutzen Sie Fernsehen mit Entertime TV, dem IPTV-Produkt der Telekom. Highlight des neuen Festplattenrekorders ist die 4K-Auflösung, also UHD-Unterstützung, Ultra High Definition, die vierfache HD-Auflösung. Zudem wird auch HDR unterstützt, also High Dynamic Range für mehr Farbtiefe und mehr Kontrast. Zu Inbetriebnahme verbinden Sie zunächst das Netzwerkkabel mit dem Media Receiver. Hier liegt ein 10 Meter langes Kabel bei. Ich habe hier meine eigene Netzwerkverkabelung bereits im Haus installiert. Als nächstes erfolgt die Verbindung mit dem HDMI-Kabel. Auch hier der Hinweis, verwenden Sie am besten das mitgelieferte 1,8 Meter lange HDMI-Kabel, welches diesen Standard 2.0 unterstützt mit dem entsprechenden Codierverfahren. Nur dieses ist dann auch 4K-fähig. Wenn Sie ein eigenes Kabel kaufen wie ich, dann achten Sie unbedingt darauf, dass dieses ebenfalls 4K oder Highspeed unterstützt. Als letztes kommt noch die Stromversorgung ans Gerät ran. Dann, optional, wenn Sie haben, können Sie natürlich noch an die beiden Optical- oder Koaxial-Ausgänge ein Soundsystem anschließen. Und anschließend schalte ich das Gerät jetzt ein. Während das Gerät hier einen Download der aktuellen Firmware durchführt, können Sie zum Beispiel schon die Batterien in die Fernbedienung einlegen und anschließend die Bedienung vorzunehmen. Wenn Sie den entsprechenden HDMI-Eingang am Fernseher auswählen, sehen Sie schon während der Initialisierung hier ein Telekom-Logo. Das Gerät hat jetzt einmal neu gestartet. Es wird jetzt hier auch noch mal angezeigt. Es wird noch weitere Software nachgeladen. Die erstmalige Inbetriebnahme dauert im Regelfall etwa 20 bis 30 Minuten. So, der Mediareceiver startet jetzt. Hier wird mir der aktuelle Status angezeigt. Die Verbindung zum Internet wird hergestellt. Dann wird nochmals geprüft, ob die Firmware aktuell ist. Und dann werden die entsprechenden Inhalte geladen, also zum Beispiel die elektronische Programmzeitschrift. Viel Spaß mit Entertel TV. Ja, wie Sie gesehen haben, die Einrichtung ist kinderleichter und nach wenigen Minuten bereits abgeschlossen. Für die Verwendung des Mediareceiver empfehlen wir entweder den Telekom-Hybrid-Router oder hier den Telekom-Speedport-Smart-Router. Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, ein Netzwerkkabel vom Router zum Mediareceiver zu verlegen, besteht wie beim Vorgängermodell gegebenenfalls auch die Möglichkeit, mit einer WLAN-Bridge oder einem Powerline-Adapter zu arbeiten. Aufgrund der hohen Bandbreitenanforderungen für UAD, also hochauflösendes Fernsehen in 4K-Qualität, ist darauf zu achten, dass die Geräte auch eine entsprechende Datendurchsatzrate haben. Also möglicherweise ältere Geräte sind dann nicht kompatibel. Wenn Sie prüfen möchten, ob die UAD- oder 4K-Verbindung optimal funktioniert, je nach TV-Hersteller gibt es bei mir hier zum Beispiel den Punkt Geräte-Informationen, wo ich mir das Eingangssignal vom HDMI anschauen kann. Und tatsächlich, obwohl ich jetzt hier nur ARD in HD-Qualität aufrufen habe, zeigt er hier ein UHD mit 2160p und 50 Bildern pro Sekunde mit SDR, also kein HDR in dem Fall. Das heißt also, hier erfolgt ein Upscaling vom HD-Signal auf 4K-Qualität. Im Menü des Media-Ressievers können dann noch einige Einstellungen geprüft und vorgenommen werden. Mit der Taste mit dem Haus auf der Fernbedienung kommen Sie hier in das Hauptmenü, blättern dann runter auf den Punkt Einstellungen. Und dort gibt es zum einen Benutzereinstellungen und dann nochmal hier Geräte-Einstellungen, zum Beispiel das Bildformat. In dem Fall habe ich hier UAD, weil man im Fernseher das auch unterstützt. Ich kann hier Sprache und Ton einstellen, die Sender verwalten, Sendersortierung. Hier nochmal die TV-Qualität, die standardmäßig gewählt werden soll. Informationen zum Thema Kopierschutz. Dann der Stromsparmodus, auch das ist ja abhängig davon, wie Sie das Gerät nutzen möchten. Also ob Sie zum Beispiel per Smartphone fernprogrammieren wollen oder beim Zusatzgerät angeschlossen ist. Weitere Details zu den verschiedenen Modi finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung. Das Gerät zurücksetzen können Sie hier, den Speicherplatz verwalten oder einsehen. Und dann gibt es hier nochmal ein paar weitere Systeminformationen und Netzwerkinformationen. Wenn Sie sich für Entertank TV mit dem neuen Mediareceiver 401 interessieren, schauen Sie gerne auf unsere Webseite. Dort finden Sie weitere Informationen. Ansonsten an unserer eigenen Beratungsröcklein informieren wir Sie gerne auch zur Verfügbarkeit und zu den Tarifen und nehmen Ihrem Auftrag telefonisch entgegen. Wenn Sie den MR 401 bereits bestellt haben und es technische Probleme gibt, dann wenden Sie sich bitte direkt an den Telekom-Kundenservice. Ansonsten an unserer eigenen Beratungsröcklein informieren Sie gerne auf unsere Webseite.